So, wir kommen zum Ende von Ben & Ed. Final Round. Level 23. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Wow, das stand jetzt hier mehrmals hintereinander. Ach ja. Guck mal, da ist Hans. Hallo, Hans. Jetzt bin ich nochmal gespannt. What the fuck? Ich werde die ganze Zeit einfach nur rumgeschleudert. Egal, damit ich... Oh, schade. Okay, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab Hans besiegt. Yay! Oh, 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 oh. Oh, das war nicht weit genug. Ich hab Hans besiegt. Ich hab Hans besiegt. Welcome home, Ed. Oh, da ist Ben Wir haben es geschafft Oh Was für ein wunderbares Ende Guck mal, wie sich Ben freut Ach, wie wunderbar Ich frage mich gerade tatsächlich, womit ich gerechnet habe Boah Wow Oh Der arme Hans. War Hans vielleicht die ganze Zeit der Gute? Die Frage stellt sich mir bei dem Ende tatsächlich. Naja, gut. Das war's mit Ben & Ed. Ein wunderbares Ende muss ich dazu sagen. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.